Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast. Mein Name ist Johann Lafer. Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wieder eine neue Folge, wieder aus Ingelheim und diesmal haben wir wieder einen neuen Gast und zwar den Bart. Hallo Bart. Ja, guten Tag alle zusammen. Wir werden ein klein bisschen reden über, glaube ich, über den neuen Genesis. Genau, wir waren ja letztes Jahr schon mal bei dir quasi oder bei Weber in Berlin. Da hatten wir schon mal ein bisschen über auch die Neuheiten gesprochen. Und ja, jetzt stehen wir hier in der Grill-Akademie im Außenbereich und haben hier einen Riesen-Grill vor uns stehen, der, ich zähle mal kurz durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Hauptbrenner und noch einen Seitenbrenner hat, wenn ich das richtig sehe. Und ja, Martin, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir haben heute ein bisschen was gekocht. Gestern wurden wir noch im Bad bekocht. Diesmal musst du mal mithelfen. Also sagen wir mal mithelfen, wir haben nicht gekocht. Sagen wir mal so, er sagt es wieder falsch. Wir waren am Grill. Also was haben wir gemacht? Wir haben gegrillt. Ja, du hast recht. Du hast ja recht. Wir sind hier quasi, das ist für dich ein Heimspiel hier, oder? Ja, für mich ist es ein Heimspiel, das bin ich hier seit fünf Jahren tätig in Ingelheim, hier in der Grill-Akademie. Und ich sage mal, das ist vom 7. Januar bis zum 19. Dezember, Tag hin, Tag aus. Wenn ich Glück habe, habe ich mal einen Sonntag frei. Okay, ich denke mal, da haben wir einen ganz kompetenten Ansprechpartner für den neuen Genesis 2. Und ja, erzähl uns doch einfach mal was über das neue Modell, beziehungsweise die neue Modell-Serie. Ja, kannst du einfach mal loslegen, was dich an dem Grill so begeistert. So, die neue Modell-Serie. Wir haben ja, es ist eigentlich so gedacht, dass es eigentlich für jeden einen Grill geben soll. Egal, wer man ist. Ein Zweier, Dreier, Vierer oder Sechser. Wir haben noch zwei verschiedene Modelle. Das ist der Opener und der Geschlossene. Der Geschlossene hat ein paar Vorteile, weil er hat noch einen High-Speed-Burner. Das heißt, das ersetzt das Seer-Station von früher. Aber jeder Brenner hat jetzt seinen High-Speed-Burner. Das heißt, man kann sich selbst aussuchen auf dem Grill. Wo mache ich jetzt meinen Steak? Mache ich es ganz links? Mache mein Gemüse dann gleich ganz rechts? Hat es großen Vorteil gegenüber der alten Version von Genesis? Weil da hast du die Seer-Station in der Mitte gehabt. Und links und rechts kannst du eigentlich ganz schlecht dann die Hitze runter regulieren. Weil die Hitze hat sich durch den Seer-Station richtig gut verteilt. Hier hast du die Möglichkeit, links mache ich meinen Steak, rechts habe ich ein wenig Hitze. Da kann ich schön in einem Gemüsekörbchen mein Gemüse gleichzeitig mitmachen. Was wir noch dazu haben, ist jetzt zum Beispiel das Warm-Halter-Rost von früher. Braucht man jetzt nicht mehr runterzunehmen. Wegzunehmen, wenn es anstört. Man klappt es einfach runter. In den LX-Modellen, das ist dann der geschlossene Grill, ist das ersetzt, das Warm-Halter-Rost ersetzt jetzt auch das ETGS. Das heisst das Elevation Steered Grilling System, was man sozusagen auch früher kaufen konnte und da draufstellen. Jetzt hängt es mit rein. Kann man einfach die Spieße mit drin hängen oder ein Gemüsekörbchen oder ein schönes Hähnchen-Bähnchen-Rack. So wie ich es auch gerne sage. Was wir noch haben an Vorteilen, ist natürlich der neue Brenner, der drin ist. Nicht mehr rund, ist schön eckig. Das heisst, wo die Flammen rauskommen, ist es eine kleine Runde. Das heisst, die Flammen steigen gerade hoch. Besser Hitzverteilung. Was noch ist, ist unten drin liegen Metalllamellen. Die reflektieren die Hitze nach oben, dass die Hitze sich viel besser im Grill hält. Okay, und wie gesagt, wir hatten ja schon mit Frau Weber gesprochen über die beiden Modellserien. Haben wir den LX und den normalen Genesis 2. Und haben den LX da so quasi das Luxusmodell genannt. Du hast ihn den Geschlossenen quasi genannt, weil er ja unten den Grillwagen quasi hat. Da hat er zwei Türen. Das ist eine, je nach Größe. Zwei. Und ja, das sind so die beiden Unterschiede. Wäre quasi der Genesis 2 der Einsteigergrill in diesem Bereich? Oder wie könnte man ihn nennen? Ja, was heisst Einsteigermodell? Es ist ja halt, es liegt auch von jedem, was will ich, wenn man einen Grill kaufen geht, sollte man sich eigentlich vorher überlegen, was will ich machen mit meinem Grill. So, man hat eine Q-Serie. Will ich aber gerne Gänse machen, brauche ich nicht anfangen eine Q zu kaufen. Da kriege ich keinen Gans drauf. Ja, man sollte sich vorher überlegen, was man macht gerne auf dem Grill. Ja, mache ich gerne Steaks, schönes Branding, hole ich einen LX. Mache ich einfach ganz einfach normales Grillen, wo ich mein Würstchen, mein ganz normales Hähnchenbrust und alles hole. Obwohl, brauche ich nicht unbedingt einen LX, kann ich auch mit einem normalen zurechtkommen. Nur der LX hat natürlich seine Vorteile, wie gesagt vorhin mit dem ETGS, mit seinen Searing-Station, wo man dann wirklich richtig mal Hitze geben kann, aber dann auch punktuell genau da, wo ich es haben will. Entweder links, Mitte, rechts, egal wo es ist. Aber nachgelang, wie viele Brenner natürlich ich da habe. Ist auch mit Zündsystem, ist natürlich auch einfacher. Schnappschuss, man braucht einfach nur drin zu drehen und schon ist er an. Ja, das fand ich einen riesen Vorteil, dass man halt bei dem LX einfach drehen muss und nicht extra diesen Start da drücken muss. Da vergisst man auch nicht, irgendwie mal Start zu drücken. Jetzt noch eine kleine Neuigkeit an diesem Genesis-Modell. Das ist nämlich die Aromaschine. In der Aromaschine, wenn man es genau betrachtet, das sind links und rechts, hinten und vorne, ist jeweils ein kleines Loch, eine Halbrunde. Es ist dafür gedacht für die Leute, damit sie wirklich diese Flammenbildung sehen können. Ja, weil wir haben das auch öfters bei uns in der Grille, die Leute machen einen Deckel auf, um zu gucken, ob die Flamme angeht. Die Aromaschinen sind oben drückt, man sieht es eh nicht. Dann liegen sie halt mit dem Kopf in den Grill rein und sehen es trotzdem nicht. Und so mit dieser kleinen Öffnung, die drin sind, kann man richtig schön sehen, ob die Flammenbildung entsteht oder nicht. Bart, jetzt hast du Aromaschine gesagt. Was ist eine Aromaschine? Das erzählen wir unseren Hörern, dass sie sich vorstellen können, was hier eingebaut ist. Also eine Aromaschine ist eine Schiene, die liegt über unseren Brenner drüber. Erstens ist die gedacht dafür, um den Brenner zu schützen. Das herabtropfende Fett, dass das nicht reinfällt, damit die nicht zugehen. Und zweitens ist es auch so, um diese, so nennt sich deswegen auch Aromaschine, das abtropfende Fett ist genau wie in einem Holzkohlengrill. Da geht es in die Kohle drin, gibt das Aroma und hier tropft es auf die Aromaschine und dann gibt es das selbe Aroma wie in der Holzkohle. Okay, also das heißt, der Flavor, ähnlich wie beim Holzkohlengrill, kann man mit dem Genesis quasi durch die Aromaschinen erzeugen. Flavor Bars oder wie heißt das sonst? Flavor Bars ist eigentlich die Übersetzung im Englisch von Aromaschine. Ja, also es ist wirklich so, es ist auch kein Unterschied, ob ich einen Holzkohle oder einen Gasgrill habe. Unterschied ist keiner da. Wenn die Holzkohlen gut sind, ist das Einzige, wenn du eine billige Brigette oder eine billige Holzkohle hast, wo zum Beispiel Öl mitverarbeitet ist, weil die dann schneller brennen, die geben Geschmack ab. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied, was man hat. Wenn man frisches Holz arbeitet, ist es natürlich ein Unterschied. Das ist ganz klar. Ja, wir haben ja hier ein bisschen die Gelegenheit gehabt, mal die verschiedenen Grillserienmodelle auszuprobieren. Und einen Riesenvorteil fand ich zum Beispiel, dass das Gourmet-BBQ-System, was ja fest mit dabei ist jetzt, bei den größeren Grills quasi so wenig Platz braucht, weil man ja noch nebenbei noch jede Menge Grillfläche hat, dass man ja quasi einmal das Gourmet-BBQ-System nutzen kann und parallel auf der restlichen Grillfläche noch weitere Sachen zubereiten kann. Ja, das Vorteil ist, dass es jetzt links oder wie man den Grill zusammenbaut, kann auch rechts stehen und hat man die andere Seite noch komplett frei. Du hast jetzt gesagt, größere Grills, selbst in den zum Beispiel vier hast du noch jede Menge Platz an der Seite, um noch was anderes dazu zu legen. Also das ist kein Problem. Und wenn du dann links hast, hast du dann links dein Gourmet-BBQ-System oder dein Deutsch-Oben oder was auch immer da drauf habt und rechts hast du deine Sierra Station an oder dein High-Speed-Burner an, um dein Schleich anzugrillen. Und dann hast du kein Problem. Du hast ja gerade gesagt, Frischholz kann man ja nicht ganz ersetzen. Und wir beide waren ja leider nicht auch auf der Messe vor Ort, weil wir verhindert waren. Aber ich habe hier sowas hier entdeckt, das habe ich noch nie gesehen. Ist neu, oder? Du kommst ja mit meiner kleinen Schnecke an. Also das ist die kalträuche Schnecke. Da macht man so eine Art Mehl drin, Buchenmehl. Ja, da steckt man an und dann räuchert man kalt. Was für einen Grill man dazu benutzt, ist völlig egal. Also ich, ich am liebsten, muss ich sagen, mache es am liebsten mit dem Gouveniver, weil der Gouveniver ist ein kleines, geschlossenes Ding, wo dann der Rauch wirklich sich richtig drin festsetzt. Weil diese Schnecke, wie größer der Grill, wie größer das Volumen, wie mehr Luft da drin ist, dann natürlich, wie wenig Rauch ich, weil der verteilt sich ja gleich mehr. Wie kleiner ist das Volumen? Und wie besser geschlossen der Grill ist, wie besser es ist. Die Wetter-Mitte-Buchenmehl wird angesteckt. Ich mache das mit so einem Anzünder dreigeteilt, stecke ich es an. Wenn man einen Bunsenbrenner hat, geht es auch. Geht es halt schneller, aber mit den Anzündern geht es genauso gut und man braucht sich um nichts zu kümmern. Wenn das Ding angeht, bitte, wenn Sie kalt räuschen, nicht im Sommer. Sobald die Temperaturen über 20 Grad gehen, funktioniert das nicht mehr, weil kalt räuschen ist eine Temperatur von 15 bis 25 Grad. Maximum soll es sein. Ich weiß, machst du Deutsch, wenn er in der Sommer draußen steht, 20 Grad, hat er innen eine Temperatur von 35 Grad. Durch die schwarze Lackierung, der MI, der reflektiert, dann funktioniert das nicht. Aber im Winter oder nachts, wenn es kalt genug ist, macht das Ding an. Wir haben es heute getestet. Ihr wart dabei, gestern angemacht um 1 Uhr, heute Mittag um 12 Uhr ist er ausgegangen. Das heißt, er hat 23 Stunden einfach kalt rauch. So bei den Temperaturen, die wir jetzt hier draußen haben, wenn wir dann so ein Fischfilet da drauf haben, brauchen wir mindestens 12 bis 14 Stunden, um den gar zu kriegen, dass er einfach den Rauch aufgenommen hat. Und diese Räucherschnecke kann man mit jedem Grill einfach so benutzen. Man braucht jetzt nicht das Gummi-Barbecue-System, sondern man legt es einfach rein und fertig. Ja, am besten legt man es unter den Rost weg und dann stellt man es drin. Egal welchen Grill, wie gesagt, wie kleiner der Grill, wie klein das Volumen, wie besser es geschlossen ist, natürlich wie mehr Räucherschnecke und wie schnell es geht, dass es fertig wird. Das ist ganz klar. Ja, Smoky Joe. Genau, gut, gut. Wenn man etwas hat, was feucht ist, wie Fisch oder sowas, am besten nicht über die Räucherschnecke legen, weil wenn das runter tropft, der Saft von dem Fisch oder Käse zum Beispiel, da ist sehr viel Wasser drin, wenn das runter tropft, macht das das Mehl zu nass und dann geht es natürlich nicht mehr weiter an. Also lieber indirekt räuchern, sozusagen? Ja, lieber indirekt oder du machst eine Platte, wo die geschlossen ist. Das ist kein Problem. Was dann ist, wenn das Käse zum Beispiel räuchert, müsst ihr den dann alle zwei Stunden einmal umdrehen, dass der gleichmäßig langs alle Seiten geräuchert ist. Weil ein Fisch mit einer Haut dran, macht es eigentlich gar nichts aus, weil der Rauch muss eh nur von oben drauf kommen. Also ein Fischgelee meine ich mit Haut. Muss eh auch nur von oben reinkommen. Okay, Martin. Ich meine, das war schon mal eine ganz gute Übersicht. Eine Neuheit haben wir noch vorgestellt. Ja, die habe ich jetzt mal schnell mit reingeschmuggelt. Also ein paar Neuigkeiten haben wir noch. Wir haben noch ein paar neue Chips jetzt. Speziell ist es für Seafood, Pork und Beef. Mischung gemacht mit Obst und Laubbomben. Also Kirsche, Apfel ist ein bisschen drin, Elle, Buche. Alles so ein bisschen gemischt, so ein bisschen spezial aufgestemmt oder verschiedene Dinge, damit die Leute eigentlich nicht mehr so viele Schwierigkeiten haben. Was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt Apfel, nehme ich Hickory. Mit Hickory mache ich mein Hähnchen tot. Mit Apfel kriege ich keinen Geschmack an meinem Brisket. Das haben wir mal so. Deswegen haben wir so ein paar Mischungen zusammengestellt, dass es halt viel einfacher ist zum Arbeiten. Und die kommen dann wo rein? Mit welchem Grill? Wie wird das bei euch? Wie bringt ihr das am Laufen? Wofür sind die Chips? Was habt ihr für ein Produkt? Oder macht ihr die einfach mit auf die Cola? Was würdest du da sagen? Also die Holzchips sind für jeden Grill gedacht. Ob ich jetzt mit der Holzkohle oder mit der Gas arbeite, ist völlig wurscht egal. Bei dem Holzkohlengrill habe ich ein kleines Vorteil. Ich kann die Chips direkt in der Kohle. Dann zünden die sie gleich an und dann hast du kein Problem. Bei dem Gasgrill ist es am besten, wenn ich mit einer Räucherbox arbeite. Wir haben eine schöne kleine Räucherbox, die passt direkt auf die Arommaschinen drauf. Die steht unter der Rost. Wenn du einen kleinen Grill hast, nimmt der nichts weg vom Platz in dein Grill. Steht einfach unter drunter. Der Rauch steigt schön hoch auf dein Fleisch und du hast kein Problem damit. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen die verschiedenen Modelle an, probieren noch ein bisschen rum. Und zum Abschluss, Bart, hast du irgendein Lieblingsmodell schon oder gefallen dir einfach alle? Ja, bis jetzt gefallen sie mir alle, weil wir haben sie auch erst seit 10, 14 Tagen. Also wir müssen noch ein bisschen arbeiten damit, damit wir einfach mal gucken können, was ist jetzt am besten. Was ist das Ding? Ich meine, der Zweier ist sehr schön. Es ist zwar ein kleines Modell, aber dadurch, dass das Volumen klein ist, kann man sehr schön mitarbeiten. Es liegt ein bisschen breit auseinander. Das heißt, man kann schön indirekt grillen, obwohl man beide Brenner anhat. Und dann muss man mal gucken. Ein halbes Jahr oder so, was sehen wir weiter. Und dann können wir alles haben. Die einen auf den Balkon stellen oder die Terrasse? Ja, gut. Ich darf, glaube ich, keinen Grill mehr nach Hause mitbringen. Ja, ich meine, dieser Größenfaktor, so schön auch sechs Brenner sind, ich meine, das ist schon ein Riesenteil. Ich glaube, eine Grillfläche über einen Meter, einen Meter zwei oder so haben wir gesagt. Und das ist natürlich für den haushaltsüblichen Balkon schon ein Riesenteil. Das ist klar. Aber wie wir vorhin schon mal gesagt haben, bevor wir einen Grill kaufen gehen, dann muss ich selbst überlegen. Was will ich damit machen? Platz haben. Es ist ganz einfach. Du gehst in den Laden rein, sagst du, ich will einen Grill haben. Du kommst mit dem Grill nach Hause und wenn du dann einen Monat gegrillt hast, sagst du, ich hätte doch mal den anderen nehmen sollen. Vorher überlegen, vielleicht erst mal eine Grillkarte mitgehen und dann mal gucken, die verschiedenen Modelle, wie sie laufen und was man drauf machen kann. Und dann essen wir noch viel Sische in der Kauf. Ja, okay. Dann, wie gesagt, wir schauen uns noch ein bisschen um. Und Martin, ich denke mal, wir sind jetzt durch, ne, soweit mit dem Thema. Ja, sind wir. Und wir essen jetzt auch ein Gericht, glaube ich, was von dem Genesis kommt, ne? Genau. Was gibt es jetzt? Jetzt gibt es ein Kalbskotelett auf einen Pastinaken-Karottenstampf mit ein bisschen Chili drin, ein bisschen Datteln drin, ein bisschen Granberries, ein bisschen Nüsse mit drin. Also ein klein bisschen schönen Bischmaß. Ich hoffe, es schmeckt euch. Es waren neue Kollegen, die es fertig gemacht haben und dann könnt ihr eh nichts anderes ahnen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal hier die Aufnahme und wenden uns den kulinarischen Spezialitäten vom Genesis 2 zu. Vielen Dank, Bart, für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der Messe dann wieder auf der Spoga-Fahr. Ja, vielleicht könnte ich dann sogar sagen, welchen Genesis mir am besten gefällt. Okay, dann sage ich mal spätestens bis zur Spoga. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Hi Martin. Hallo Nico, hallo liebe Zuhörer. Ja, wie war denn deine Rückfahrt? War dir auch durch Schnee und Schneegestöber wieder so wie schon die Hinfahrt oder war es diesmal entspannter bei dir? Absolut gar nicht entspannter. Also im Gegenteil. Es war auch mal so eher so auf einer Höhe, dass es ein bisschen langsamer vorangeging. Es war viel Schnee auf der Fahrbahn und da ist ordentlich was runtergekommen. Aber wir standen zumindest nicht. Wir sind nicht über die A3 gefahren und so hatten wir ein bisschen Glück. Wie war es bei dir auch gut heimgekommen? Ja, ich hatte wohl das Glück. Ich bin ja ungefähr so eine halbe Stunde oder Stunde vorher als der Rest gefahren, weil ich noch dringend nach Hause musste. Und da ging es mit dem Wetter noch so. Und ich hatte so eine halbe Stunde mal, wo es ein bisschen kritisch war mit Schnee. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Aber ich glaube, die Leute hinter mir, also ich glaube auch du, da war es dann schon ein bisschen heftiger. Definitiv. Aber wir sind alle heil angekommen. Genau. Das sehe ich doch. Ja. Und wie fandest du denn das Event? Ich meine, wir hatten ja jetzt schon in der letzten Folge ein Interview mit der Marketingchefin Weber Deutschland. Und jetzt gerade hatten wir den Bart schon gehört. Und wie war denn dein Eindruck so? Ja, also es war ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende. Also irgendwie, man kam nicht zur Ruhe. Also angefangen, dass man in der Weber Zentrale mal war und zwischendurch mal eben beim Bäcker. Ja. Wir waren ja ein bisschen zu früh da und mussten dann noch die Zeit überbrücken, bis das eigentliche Event anfing. Kaffee und Kuchen. Ganz daneben von der Weber Zentrale. Kann man nur empfehlen. Ja. Und ja, da gab es ja dann schon eben halt Begrüßungsburger. Und da wurden wir ja quasi schon in die technischen Neuheiten eingeweiht. Dann sind wir ja weitergefahren, wo es dann in der Grillschule nochmal das Menü gab. Und dann quasi kaum ist man ins Bett gefallen, muss man auch schon gefühlt wieder aufstehen. Und dann haben wir ja noch quasi jeder ein Grillgericht gemacht. Und das war ja eine Sache nach der anderen. Das war schon sehr turbulent und hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Wochenende ging schnell rum. Ja, also ich fand es auch mal interessant, mal so die Zentrale zu sehen von Weber. Ist ja doch ein recht kleiner Ort, Ingelheim. Das ist aber recht gemütlich. Jetzt im Vergleich zu Düsseldorf oder Köln oder Berlin. Ja, sehr, sehr gemütlich. Hat aber auch, glaube ich, seine Vorteile und versteckt vielleicht auch so ein bisschen mehr den familiären Charakter, der dort herrscht. Es war für den Ort schon eine recht große Firma. Aber irgendwie sind auch alle, glaube ich, sehr happy, dass es dort ist und nicht vielleicht in Berlin. Ja, das stimmt. Und ich meine, die Grillakademie in Ingelheim, die ein paar Kilometer weiter weg war in diesem alten Kloster, war natürlich auch der Hammer. War eine super Location, super schick. Und ja, man hatte so quasi das gesamte Sortiment an Webergrills und auch Zubehör zur Verfügung. Und ich finde, das hat schon Spaß gemacht, da mal so aus den Vollen schöpfen zu können, ohne jetzt zu gucken, ob man noch das Zubehör hat oder ob hier das noch fehlt und so. Ja, das war schon eine geile Sache, wo Barth einfach dann sagte so, wenn ihr irgendwas braucht, um was zu grillen, irgendwas von Weber, dann sagt mir Bescheid. Ich hole euch das dann. Ja, ich wurde auch hart beneidet hier von Juju von der Nudelmafia. Der macht ja immer viele Grillcaterings und ist auch in Sachen grillender absoluter Weber-Fanboy. Und ja, er war so sehr, sehr neidisch darauf. Was sagst du denn zu den neuen Genesis-Grills? Ja, also ich bin ja, ich finde ja gerade den kleinen Zweiflammigen super schön irgendwie. Und allgemein finde ich es geil, dass er das jetzt so breit aufgestellt ist, also dass man jetzt so eine große Palette Genesis-Grills hat, dass man nicht nur so die Wahl hat, entweder nimmt man den Genesis oder direkt den Spirit oder man muss noch upgraden. Ja, die Neuerungen sehen alle ganz sinnig aus und preislich ist ja für allen was dabei. Also ich fand das, was ich zum Beispiel sehr geil finde, so als, ich denke immer direkt so an Gastronomie, da gibst du halt dann einfach das normale Modell, was ein bisschen einfacher ist, statt das LX-Modell, wo du halt viel grillen kannst und dann kaufst du da von den Großen zum Preis quasi von dem kleinen LX-Modell. Also der Große hat dann sechs Brenner und da kannst du auch mal bei Caterings schon ordentlich was drüber grillen, also für größere Mengen an Menschen und da hast du halt überhaupt nicht dieses Shishi-Zeug, was in der Gastronomie stört und kaputt gehen kann oder so. Da kannst du den schon cool nehmen, aber wenn du eben halt was Schickes für zu Hause haben willst mit den ganzen Gimmicks und so, dann hast du halt diese LX-Serie, was auch Spaß machen kann. Also ich sehe das ja auch gerade in den ganzen Grillforen und so, gerade an so Kleinigkeiten sind manchmal dann auch der Auslöser, so ein Grill zu kaufen, weil das dann immer dann nochmal mit ein bisschen mehr Freude verbunden ist. Wie zum Beispiel diese iGrill-Schnittstelle, die jetzt drin ist. Das finde ich cool. Ja, ja stimmt. Also wie gesagt, diese Flexibilität, die fand ich auch super oder finde ich auch super, dass du halt echt wählen kannst von zwei Brenner bis sechs Brenner mit Seitenbrenner, ohne Seitenbrenner und ja, ob du Beleuchtung haben möchtest und ja, wie gesagt, und die von dir angesprochene iGrill-Integration, die ist natürlich auch nicht schlecht. Und wir haben ja auch noch dieses iGrill 2 bekommen zum Testen, ne? Genau. Ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen, das liegt hier noch bei mir hinten im Regal, aber du hast damit schon mal so ein bisschen rumgespielt, ne? Ja, mit dem ersten Funktionstest gemacht, kann man so sagen. Einfach mal ausgepackt und das kurz ausprobiert. Weil, was mir direkt auffällt, was sehr cool ist, der nimmt quasi auch die ganze Temperaturkurve mit auf. Also da freue ich mich schon drauf, im Frühling das erste Pull-Pork zu machen und dann zu sehen, wo sind die Plateauphasen, wann und wo geht es weiter und ne? Ich glaube, da kannst du einfach, wenn du diese ganzen Temperaturkurven siehst, ein bisschen mehr quasi Erfahrung sammeln und weißt vielleicht, nächstes Mal gehe ich das noch mal ein bisschen anders an oder ein bisschen mehr Temperatur oder das Stück Fleisch ist einfach viel zu groß für mein Grillgewicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist eine schöne Spielerei, so ein schönes Feature, worauf ich auf jeden Fall sehr neugierig bin, das zu testen. Ich war eh heiß auf dieses Thermometer, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, auch zum Backen werde ich das jetzt mit meiner Frau benutzen. Wir sind ja auch gerade in Sachen Teig immer so ein bisschen nerdy, dass der genau quasi auf dem Kratzahl gut sein muss. Und ich habe da so ein Thermometer, mit dem ich einsteche und jetzt kann ich das ganz bequem quasi aus dem Wohnzimmer aus im Blick haben, weil mein Backofen macht alles andere, nur nicht die Temperatur, die man einstellt. Das ist echt cool. Ich bin auch mal gespannt. Also die App habe ich schon installiert, mich auch schon registriert. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt irgendwann die nächsten Wochen werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich nur ein bisschen komisch fand, man kann ja bis zu vier Fühler anstecken an das Thermometer. Und mitgeliefert werden zwei Fühler, allerdings zweimal für das Grillgut. Ich hätte es irgendwie praktischer gefunden, wenn ein Fühler fürs Grillgut und ein Fühler für den Grill an sich, also für den Garraum, dabei gewesen wäre. Den gibt es zwar zusätzlich als Zubehör für, ich glaube, auch gar nicht so viel Geld, 20 Euro oder so. Genau, 20 Euro. Aber irgendwie so vom Sinn her hätte ich es praktischer gefunden, wenn von jeder Sorte jeweils ein Fühler dabei gewesen wäre. Das stimmt, aber das ist, glaube ich, so, dann ist der Einstieg nicht so hoch, irgendwie preislich. Und man nimmt dann nochmal diesen einen Fühler auf jeden Fall mit. So ein bisschen Psychologie. Aber ich werde mir sowieso direkt noch einen zweiten, also einen dritten normalen Fühler gönnen und das für den Garraum. Weil ich finde es echt eine großartige Sache, so einfach mal die ganzen Temperaturen unter Kontrolle zu haben. Ja, ist ja so ein bisschen so eine Art Nerd-Thema, gerade mit der App, wie du sagst, dass man da alles sieht. Perfekt auch für unsere Generation, oder? Also ganz ehrlich, man will ja immer so Spielereien haben. Und ich glaube, du kannst über die App, wenn ich das richtig gesehen habe, dann auch mit der Weber Online-Community teilen, was du gerade am Grill zubereitet hast. Genau, ja. Darauf bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe gesehen, das ist so eine weltweite Karte wohl integriert und dann plöppen halt immer so kleine Pins auf, wer in der Umgebung gerade was zubereitet hat. Also es könnte eine lustige Spielerei werden. Ja, können wir ein bisschen Schleichwirkung fürs Meetup machen. Genau, wenn da auf einmal vier, fünf Pins in Köln aufplöppen im Park. Ja, mal sehen, wie das dann auch funktioniert. Also man kann ja, glaube ich, auch einfach mit einem anderen, wenn man die App hat, sich auf ein anderes Thermometer einfach ganz schnell verbinden. Und wenn da mal mehrere Leute mit mehreren Thermometern am Start sind, bin ich doch mal gespannt, wie das so klappt. Ja, das stimmt. Ob man da den anderen quasi hijacken kann. Und dann auf jeden Fall das Programm ein bisschen ändert. Ich glaube, da kannst du ja auch eingeben, dass der Alarm schlägt bei gewissen Gradzahlen und sowas. Wobei ich glaube, jetzt bewegen wir uns langsam in so gefährlichem Halbwissen. Haben beide noch nicht richtig damit rumprobiert. Genau, da werden wir euch demnächst auf jeden Fall berichten. Das Event war sehr, sehr schön. Umso schöner, dass man jetzt noch so ein Gimmick dazu bekommen hat. Ja, wir haben da noch schön gekocht, ein bisschen gegrillt, auf den Genesis ein bisschen was ausprobiert. Ja, also ich fand die Grills eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, ich habe ja quasi so diesen Zwei-Brenner-Spirit. Da vermisse ich den Seitenbrenner so ein bisschen. Und aber irgendwie der Anreiz mir jetzt ein Genesis Zwei zu holen, ist dann doch noch ein bisschen zu niedrig, weil ich halt mit dem Spirit eigentlich ganz zufrieden bin. Aber was haben wir gelernt? Nach sechseinhalb Jahren oder so kauft man einen neuen Grill. Du hast ihn noch nicht lang genug einfach. Nee, nee, drei Jahre jetzt knapp. Ja, siehst du, du machst noch dreieinhalb und dann kannst du dir den holen. Mit ruhigem Gewissen. Ja, mal gucken, was dann in drei Jahren auf dem Markt ist. Ich glaube, da gibst du ihn noch fast genauso. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Jo, okay. Ich denke mal, das wird immer so gut zusammengefasst. Ich meine, ich habe ja auch noch einen Blogartikel geschrieben. Genau, darauf wollte ich jetzt auch hinauskommen. Ja, da warst du ganz schnell und fleißig am Start. Aber auch die Kollegen, die dort waren, die haben auch alle schon was geschrieben. Ja, ist auch in dem Artikel, habe ich die dann verlinkt. Also könnt ihr euch quasi, weiß nicht, unter, ich glaube, wie viele waren dabei? Zehn, 15 Blogger und Videoblogger. Also es ist auf jeden Fall genug Material da, um sich über das Event und auch über die Grills zu informieren. Und Onkel Käthe hat ja auch den nochmal später getestet und sogar hier diesen Toastbrottest gemacht, um zu zeigen, wie so die Hitzeverteilung auf dem Rost ist und so. Also klickt euch mal rein und da könnt ihr euch echt, ich glaube, stundenlang informieren. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Grill. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen, den so mal kennenzulernen, weil da ist man direkt ein Thema. Man kann diesen Grill quasi so, man hat ihn kennengelernt, man kann das erstmal so abhaken, man weiß, womit man da umgehen kann. Und deswegen war es echt ein cooler Event. Und geht einfach mal am besten, wenn ihr den mal sehen wollt, bei euch ins Grill-Fachgeschäft und schaut euch den mal an. Weil der ist schon ordentlich, hat ein bisschen an Materialstärke zugenommen, ist schon nicht verkehrt. Das stimmt allein, wenn man den Deckel so aufmacht, das fühlt sich schon irgendwie echt wertig an. Hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und ja, würde ich sagen, beenden wir jetzt mal diese Folge. Wir sind jetzt bei fast eine halbe Stunde schon. Oh ja, das geht immer schnell. Folge Nummer 33? Nee, 32. 32, ja. Die 33, die Schnapszahl ist dann das nächste schräge Jubiläum. Fällt wahr an, wir uns fürs nächste Mal auch. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Könnt ihr uns gerne auch mal schreiben oder wenn ihr Anregungen, Kritik habt, immer gerne, egal ob hier drunter, je nachdem wo ihr den Podcast hört, am besten auch vielleicht bei iTunes als Bewertung. Ja, ich meine, wir haben bis jetzt immer ganz gute Bewertungen bekommen. Würden uns aber auch noch über die eine oder andere Rezension freuen. Einfach mal einen kurzen Kommentar drunter geben, wie ihr den Podcast so findet. Ja, was ihr bei uns steigende Soundqualität sagt. Ja, wir arbeiten ja ständig dran und probieren ein bisschen rum. Und ich denke mal so, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall qualitativ auf jeden Fall auch noch besser, weil wir da noch ein bisschen aufrüsten werden. Ja. Und wir müssen eine andere Aufnahmetechnik noch ausprobieren werden. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das dann so passend zur Grillsaison, wenn die so richtig losgeht, dass wir dann auch perfekt aufgestellt sind. Ja, aber so lange freue ich mich, dass heute zum Beispiel Skype mal aus einer schönen Verbindung beschert hat. Genau. Das ist ja nicht immer so. Weil diese Folge wurde, also nicht diese Folge, sondern wir hatten schon mal eigentlich einen Aufnahmeversuch. Und ja, es ist einfach gescheitert. Grandios gescheitert. Von Aussetzern über Verbindungsabbrüche, über komische Roboterstimmen. Da war alles dabei. Und deshalb gut, dass es jetzt mal so geklappt hat. Ja, wunderbar. Nico, ich danke dir für die Zeit und für die Aufnahme. Und wir hören uns bald wieder, habe ich so ein Gefühl. Ich denke auch, dass das nicht lange dauern wird bis zur nächsten Folge. Okay, dann wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.